Wenn Sie überlegen, ein Unternehmen zu kaufen oder eine Beteiligung einzugehen, ist es wichtig, das Unternehmen und das entsprechende Marktumfeld genau zu prüfen. Deshalb ist die sogenannte Commercial Due Diligence oder abgekürzt CDD ein entscheidender Prozessschritt für Investoren, um die Chancen und Risiken eines Unternehmenskaufs umfassend zu bewerten. Die CDD ermöglicht es Ihnen, das wahre Potenzial eines Zielunternehmens durch eine gründliche Analyse des Marktes, der Kundenbasis und der Wettbewerbssituation zu ermitteln. Sie konzentriert sich im Gegensatz zur Financial Due Diligence, die sich auf Finanzdaten stützt, auf die wirtschaftlichen Aspekte des Zielunternehmens und seine Zukunftsaussichten. Die CDD beinhaltet Gespräche mit Branchenexperten und Kunden sowie umfangreiche Recherchen, um eine fundierte Investitionsentscheidung treffen zu können. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis des Zielunternehmens und seiner Marktposition zu erlangen, um eine sichere Investition zu gewährleisten. In unseren Projekten untersuchen wir, wie die Wettbewerbssituation vor Ort tatsächlich aussieht, welche Kunden das Zielunternehmen hat und welche aktuellen und zukünftigen Herausforderungen im Geschäftsfeld bestehen. Die gründliche Durchführung einer CDD ist der Schlüssel zum Erfolg Ihrer M&E Aktivitäten. Möchten Sie mehr über die Commercial Due Diligence erfahren? Weitere Informationen finden Sie unter diesem Video.